Hier bei uns gibt es einen Ort, wo man sich wie zuhause fühlen kann. Und dazu die wundervolle Region Willisau mit ihrem charmanten und historischen Städtchen geniessen. Hier ist auch der Hauptsitz von Rent-a-Bike, einem schweizweiten Vermieter von Velos und E-Bikes, was der eine oder andere von uns kribbelig macht und ins Schwärme bringt. Die von uns gewarteten E-Bikes sind nicht nur praktisch und voll im Trend, sie sind äusserst flexibel und einfach für alle eine gute Sache. Und so geniessen wir unsere Tour auf der Herzschlaufe Napf. Aktiv, aber eben auch gemütlich. Zumindest in der Natur, vorbeian Wiesen, Wälder und da so typische Hogger. Für alle Geniesser gibt es unterwegs herzige Hofläden mit feinen Sachen von hier. Bei einem grösseren Rast legen wir uns zurück und bei entspannter Atmosphäre ein kaltes Blättchen geniessen. Nicht nur wir können unsere Energiespeicher auftanken, auch der Akku von unseren E-Bikes kann da austauscht werden. Auf unserer Herzschlaufer-Tour gibt es noch weitere schöne und atemberaubende Landschaften zu entdecken. Und für alle, die es so richtig gepackt haben, bieten wir verschiedene E-Bike-Modelle im Okkasionverkauf an. Weitere Angebote sind unsere Landzeitmiete und die individuellen Gruppenreisen. Willkommen bei uns. Willkommen in der E-Bike-Region Wiesa. Jahrhinter Jahrhurt Jahrhundert Untertitelung des ZDF, 2020